Machen wir mal los in den Audio-Locken. Bitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Ihr Bruder wurde am 17. in die Forschungsabteilung versetzt. Aufgrund der Natur seiner Arbeit wird er nicht in der Lage sein, Sie auf absehbare Zeit zu kontaktieren. Okay. Und hier geht's wieder runter. Eieieiei. Da tarug wäre jetzt auf was. Ah ne. Ne. Ne ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. wir jetzt mal wieder zurück ich hätte es damit gerechnet dass hier noch irgendwas was besonders ist aber nur ein audiolog aber auch die audiologs können dann ja wichtig sein aber erstmal zurück zur medibay ich da runter kann ich da runter jumpen sehr gut was Werkschutz hat diesen Sektor betreten. Was? Werkschutz? Bitte kooperiere zu deiner eigenen Sicherheit mit allen offiziellen Aufforderungen. Während der Bereich gesichert werden. Toll, Werkschutz. Den jetzt auch noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Au! Oh nein, ich komme hier nicht weg. Oh. Hä? Okay, da ist noch was. Um die Grundlagen von Jonah Gutenbergs große Visionen weiterzubringen. Was ist denn noch was hier? Wie war uns? Unter uns? Ich weiß nur, dass hier ganz schön viele Leichen rumliegen. Ah, toll. Und bringt uns unserem Ziel Stück für Stück näher. Es ist eine große Aufgabe. Doch zusammen kriegen wir das hin. Was es auch kostet. Da. Wir erschaffen ein neues Paradies. Legionär. Übergriffe auf Sicherheitstersonal. Unterstützung für uns Anforderungen. Erfüll dein Kostet. Nein. Nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, haben wir jetzt... Was haben wir jetzt hier? Ach, Organizer. Okay, 6 und 7 haben wir jetzt freigestaltet. Das ist doch schon mal gut. Äh, Maike Schor. Inventar. Zerstörte Teile haben wir natürlich auch ein paar. So, nochmal das aufmachen Schema. Gut geschmierte Protoss-A-Modul. Noch mehr? Ne, nur das, ne? Implantate. Daran haben wir jetzt auch schon fünf Stück. Äh, boah. Und... Codename Parsifal. Gehen wir mal gucken hier. Aufwerten, Waffen, Brust-Modul. Da fehlen uns immer noch welche. Der ist schon. Können wir auch noch nicht. Oh Mann. Okay, die können wir auch nicht aufwenden. Aber wir können ja vielleicht... Wo sind die? Aufwerten, alle. Waffen, da. Sind die da? Nein. Sind nie. Da. Können wir auch nicht. Ach, können wir gar nichts machen jetzt. Doch, das können wir. Wir können aber... Davon. Eins. Zwei. Davon können wir auch zwei kaputt machen. So, wir haben so viele Sachen doppelt und dreifach hier. Ausdauer. So. Jetzt müssen wir unser Altmetall wiederholen. Ich will da ja auch immer noch ran hier. Ich weiß aber nicht, wie man daran kommt. Keine Ahnung, wie ich daran kommen soll. Oh. So. Haha, danke. Danke für dein Ärmchen. Oh. Boah. jetzt können wir auch dass wir den holen können wir auch hier wieder rein aber die dsd machen ja später habe ich wieder immer noch schön dich zu sehen schön dich zu sehen aufwerten kann ich jetzt mal am aufwerten aber ist unser altmetall sicherheit bringen maximal eine ausdauer ausdauergeneration auf elementarschaden sagen wir das hier adrenalin injektor wir könnten noch ein metallboost reinsetzen hätten da noch mehr leben oder nennen wir haben wir leben ist immer gut sei vorsichtig da draußen das war mir so klar komm schon was ich brauchte ein brust körper das ist anstrengend meine post zu bekommen hier ganz schön anstrengend und ich brauche davon eine bessere version von diesem militärischen injektor eine große aufgabe zusammen ja natürlich liebste noch ja folgepanzer natürlich ja genau da sprich rüber warum kann ich sowas nicht ja wenn das hat die klappe so ich brauche leider noch mehr großteile sagen wir mal so was wir hier glaube ich längst ich bin jetzt auch nicht sicher ich bin mir nicht sicher man und und sitzt ein hund einer von den normalen ja ich weiß dass diese nano dinge geschichten drinnen das ist eine drohne Kopf, Arm, Bein, nimm mir Bein ja ja was kein Bein ich habe kein Bein bekommen ist das denn unser Experten so wie der hat die Tür zugemacht warum hat er die Tür zugemacht er lässt mich da durch oh man ey da hinten ist auch noch einer ja ich habe ja sein anderes Bein angegriffen hallo ja ja danke ha 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 jetzt habe ich aber ein Bein von dir aber muss er wieder außen rum rennen hier zur Obst war oh da ist der Hund da ist ein Hund darum ist noch steht noch so ein Raketenwerfer Typ und ich weiß dass hier noch Schweißroboter stehen kriege ich den getriggert nein natürlich nicht also das ist Jesus Gott wir brauchen auf jeden fall einen von den schweißsägen ich muss ich hier runter holen wir leiden als nächstes da kommt er runter ja da kommt runter das steht auch noch einer vom weg warum steht er da jetzt leute ihr seid mir da steht auch einer da muss ja mal den holen komm dankeschön du sollst natürlich kommen danke jetzt aber da wird er jetzt noch mal spaß hierzu abzukommen da muss ja nochmal einmal zurück und er da bein bringen das mich jetzt doch durch da haben wir das bein drohen schaltkreis gehen wir jetzt zurück wir gehen jetzt so jetzt haben wir es hier einmal einigermaßen leer können wir uns noch einmal durchbrühen können wir noch zurück vielleicht zur station können wir noch mal schnell das bein weg bringen wir können uns dann hier gegebenenfalls aber durchbrühe dann haben wir das ja erledigt ich habe keine chance es ohne eins zu schaffen schau dir das wird das funktionieren ja das ist perfekt ich weiß nicht wie ich das wiederum machen kann ich habe nicht viel was dir helfen könnte aber nimm wenigstens das hier bitte alles wird wieder gut du springst in null kann man nichts wieder rum versprochen ich weiß nicht was hier los ist ich will es nicht drauf an also das ist deine tochter ja das ist Maddy sie mag dich sehr weißt du bis dann wir sehen uns sei vorsichtig hey ein Aufstorbooster halten wow egal wir gucken jetzt erstmal dass wir jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen was aufgewertet kriegen bei uns aufwerten MK4 MK2 achso ah 45 Dinge natürlich Entschuldigung aufwerten muss auch mal ordentlich gucken hier guck mal da kann man auch aufwerten sehr schön ausgerüstet das ist doch schon mal gut bei Motorarmut und Kopfwaffen und dann auch sind die da können wir auch nicht aufwerten schade okay dann werden wir den rest wohl plantate achso zusatzkern ja jetzt kommen wir hier wieder und sie wieder uns hier durchqueren zack dankeschön wir gehen doch mal hier durch kopf da richte arm ist auch gut Bis zum nächsten Mal.